so und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme let's play assassin's creed ja ich bin zwar immer noch nicht gesund aber ich tue mein bestes mal wieder ein bisschen was aufzunehmen ich habe wie gesagt ich versucht das noch einzuhalten bis zum montag wo ich das nicht glaube dass ich das schaffe wenn nicht dann seht ihr es ja am sonntag obwohl na was lab ich für ne scheiße das wird sich alles hier verspäht in der part kommt ja auch erst hoch wenn sonst was ist ne also es dauert noch ein wenig das tut er auch nicht zur sache ich habe also man merkt auf jeden Fall eine veränderung von gestern zu heute und zwar der part der vor diesem hier kam merkt ihr die diesen unterschied von der stimme und allgemein her und ich hoffe mal das ist auch mit diesem unterbrechung wegen dem husten weniger wird und ich schau einfach mal ob das funktioniert so haben wir das auch jetzt erst mal ganz geschild zu unserer zielperson gehen sie haben uns bemerkt ich will doch nur geh weg mongolide immer diese behinderten kinder mensch 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 so können wir uns dann oh das ist noch so eine alter schwede lass mich doch einfach in ruhe ist irgendwie keine bank oder so wo ich hin kann ich würde mich ja gerne auf eine bank setzen da ist eine bank sehr gut die bank scheint zu weit weg zu sein aber ich sehe sonst keine bank die näher ist irgendwie ich will den typen töten in der bank in der nähe da gibt es keine bank in der nähe das ist doch ein bisschen scheiße ah so ging das ok dann habe ich nur die falsche taste gedrückt die bank wird wahrscheinlich gehen jetzt hör doch mal auf damit warum gibt es diese typen so gut sorgt dafür dass er weiß wie schwierig es war eine solche lieferung auf die weine zu stellen es ist nur wein einige sind schwach guck mal der schleicht sich immer wieder ins bild und nie zerstörten wir eine stadt ohne dass sie warner gehabt hätte und was soll das bedeuten vergesst es kümmert euch um eure dinge wie ihr wünscht da ist er schon wieder der ist ja schon so ein bisschen kamerageil ne also so äh was jetzt jetzt habe ich wieder nichts zu tun dann nehmen wir uns mal einen aussichtsturm vor nehmen wir mal den da ne das war bürger retten scheiße retten will ich hier niemanden da jetzt kann ich den mal um ha der war zu langsam für mich komm folgt mir doch ich verstehe noch nicht so ganz was die in dem spiel machen oder was ich finde ha was diese leute zeigen wie beschränkt die leute damals waren oder dass sklaven zunächst taugen oder keine ahnung oh da muss ich hin oh fuck scheiße ähm ich hab's verkackt zweiter versuch ich weiß gar nicht ob ich den geld geben kann vielleicht nerven sie mich dann nicht mehr das war auch eine möglichkeit könnte man mal versuchen erst mal versuchen wir jetzt hier ein bisschen was zu erledigen geschäfte so und wir machen es diesmal auch anders dann springen wir hier rauf da hatte ich aber auch gerade wieder Sorgen bam so ne flagge eingesammelt yay moment oh da ist er aussichtsturm hatte ich auch noch nicht dass ich mal vorbeigesprungen bin oder vorbeigelaufen bin naja passiert ach es ist auch immer wieder schön langweilig wer die träume hochklettert ist so uninteressant und wenn man oben ist ist es einfach nur windig ja oh yeah Was hätten wir denn noch so? Gehen wir einfach mal zum Büro. Solange wir nichts zu tun haben hier. Oh, da sind ein paar Mönche, da könnten wir uns zwischenmogeln. Nein. Ja, ich will ausnahmsweise mal keinen Aufruhr machen. Okay, scheiß drauf. Irgendwo müssen wir da aufs Dach können, oder? Schau, da. Das ist ein Heuhaufen. Ein wirklich schöner Heuhaufen. Bis er tot ist. So lange wird er den Scheiß weitermachen. Uns Leere getreten, Entschuldigung. So. Netten wir das auch schon. Oh, ich liebe dieses Freerunner-mäßige in Assassin's Creed. Das fand ich immer schon geil, wo ich die Teile noch nie richtig durchgespielt habe. Das ist eigentlich gerade der erste Assassin's Creed Teil, den ich spiele. Naja, Brotherhood hat... Ne, gar nicht, war nicht... Doch, Brotherhood und Revelations habe ich schon einmal gespielt. Auch geile Spiele. Kommt auch noch übrigens. Äh... Ja. Nach Assassin's Creed 1 kommt... 2, klingt logisch. Und, äh... Ich glaube, dann kam Brotherhood. Ich versuch's dem Möglichen in der Reihenfolge zu machen. Oh, ich mach's anders. 1, 2 und 3. Okay. Was können wir streichen? Ähm... Nachforschung werden für Attentat-Innen benötigt. Erreichen sie Aussichtspunkte, um sie zu finden. Ah, okay. Also noch mehr, äh, Aussichtspunkte. Ach. Ist das schön. Nicht. Aber was mutt, dat mutt, ne? Ach, diese... Immer diese Taubenviecher. So. Ich fühl mich auf dem Dach irgendwie wohl. Oh, da hinten ist einer. Nee. Damit hat sich das dann auch geklärt. Erst mal Abgang. So. Haben wir das auch erledigt? Überlegen uns jetzt mal, wie wir da rüberkommen. Wie komm ich mit der Maus grad nicht zerritten? Warte mal. Lalalala. Steuern. Na, schafft er das? Jawohl. Sehr gut. Und. Lol. Was auch immer er davor hatte. Haha. Dich hol ich mir. Ich bagge. Ich bin eingebrochen. Aha. So. Hier komm ich hoch. Der Aussichtswurm scheint in... ...im bösen Bereich zu sein. Fast. Aber er wird mir helfen, den bösen Bereich wegzumachen. Yeah. Das ist schön. Und er muss aber auch Oberarmen haben, der Typ. Aber hat er gar nicht so. Ich mein, was der hier mal durchstehen muss. Naja. Was soll's. Oh yeah. Und es ist das Blaue weg. Oder auch nicht. Uah. Genau. Springen wir in den Tod. Dass das keine Aufmerksamkeit auf uns zieht. Naja. Haha. Sehr gut. Da vorne ist ein Informant. Ich habe nicht. Nein, geht nicht. Du einst. Du meine Kinder. Bist du auch. Diese Schnurrte eigentlich nur bei mir. Haha. Eine kleine Spende. Ich bin arm und kümmern. Das behalte ich im Auge. Aber man kann ja unter den Rock gucken. Muah. Yeah. Haha. Ich bin so böse. Da drin oder? Hier. Alter ihr. Mein Freund und Bruder. Es ist so lange her. Habt ihr von Adda gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abu Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe vier Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? Zwei für mich, zwei für euch. Es sind Abu Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspälen. Naja. Was anderes bleibt uns nicht über. Alter. Ey, man muss sich aufs Dach kommen, ey. So, komm. Hm. Wo ist denn der? Hm. Keine Ahnung. Haha. Es wird doch, glaube ich, nichts mit der Zeit. Dann erledigen wir den da hinten. Wir gehen dann nochmal das mit den Wurfmessern. Wow. Ja. Ich würde sagen, ich habe es verkackt. Habe ich den Typen hier nicht schon mal umgebracht? Scheiße. Ja, ist mal Pause. Normal. Zack. Eins haben wir. Da vorne müsste der Nächste sein. Also sind sie gar nicht oben. Die sind unten. Die sind unten. Hilfe, ich werde gesucht. Hilfe, ich werde gesucht. Bum. 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 Geht doch. Immerhin die Eins tot. Haha. Na, wer will noch was auf den Maul? Das werden ja immer mehr. Dass die auch immer alleine angreifen. An deren Stelle würde ich einfach mal alles zusammen angreifen. Dann wäre er tot. Und so sterben sie alle. Komm, wir schmeißen sie einfach alle auf einen Haufen. Oh, schade. Hat fast geklappt. Ach, wisst ihr was? Tschüss. Rennen. Ach. Mama. Ja, Hilfe. Einfach weiter rennen. Ja. 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 Toll, wir müssen es nochmal machen. Ich habe es verkackt. Shit. Gut, dann machen wir das eben nochmal. Ich meine. Mir ist. Hm, 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 hm. Ich hoffe zu heulen. Hey, hier sind die ganzen Leute, die mich gejagt haben. Na ja, egal. So, hier ist ein Verbindungstyp. Ich kenne die Aufgabe hier. Und nochmal zwei Leute mehr umbringen. Ich habe ja schon zwei umgebracht. Zeit wird nicht zurückgesputzt, sozusagen. Scheiße, ich habe mich abgepackt. Mann, ver... Och, geh doch einfach. Ich habe nichts. Komm. Nein, den da will ich. Nein. Ja. Sehr gut. So, und jetzt noch den anderen. Dürfte nicht allzu schwer werden, glaube ich. Da war einer von den Behinderungen. So. Und vorbei. Ganz langsam. Ach, shit. Ach. Das ist doch unnötig. Fangt mich. Mach mal Stage Diving. Yeah. Ach, geht doch alle weg. Zeig. Hm. Alter. No. No.